Sie wollen Pipeloft testen? Gute Idee. Ich habe noch eine gute Idee für Sie. Machen Sie das am besten über www.pd-experts.com. Aus zwei Gründen. Erstens einmal bekommen Sie dann nämlich 30 Tage Testversion und nicht nur 14. Wir über die Pipeloft-Seite direkt. Und zweitens, ich schicke Ihnen dann ein Video, in dem Sie sehen, wie man so die Grundeinstellungen macht. Da gibt es ein paar so Dinge, die sollten wir am Anfang machen und dann können wir Pipeloft direkt testen. So, aber jetzt schauen wir uns an, wie man die Testversion startet. Dazu gehen wir am allerbesten einmal auf www.pd-experts.com. Wie gesagt, Sie können daher 30 Tage testen und nicht nur 14. Da klicken wir jetzt einmal drauf und das leitet uns weiter direkt auf die Pipeloft-Seite. Gucke, das wollen wir akzeptieren und kostenlos testen. Und da steht schon, hier haben wir 30 Tage. Ich verwende eine berufliche E-Mail, die bei mir heißt Pipeloft-Tester. Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärungen. Wenn Ihnen einmal sehr langweilig ist, könnten Sie ja durchlesen, aber das tut wahrscheinlich gar niemand. So, los geht's. Wir müssen ein paar Sachen machen, nämlich unseren Namen eintragen. Und da würde ich Ihnen empfehlen, machen Sie einen echten Namen. Also Ihren ganzen Namen, nicht nur einen Vornamen, weil das brauchen Sie nachher an mehreren Stellen später dann. Ja, ein Passwort hätten wir gern. Das verrate ich Ihnen jetzt nicht. Ist in Ordnung, na bitte. Und irgendeine Telefonnummer. Da, hier ist es wieder ganz egal, was Sie da nehmen. Es sollte nur echt ausschauen. Sie werden auch nicht angerufen. Übrigens, falls Sie das nicht über unsere Seite gemacht haben, es gibt da hier Apply-Promo-Code. Da könnten Sie eingeben PDP-Amazing-Tools. Dann haben Sie auch wieder 30 Tage, weil Sie nicht über unsere Seite gegangen sind. Aber egal. Gut. Helpful-Tipps können wir machen. Die sind tatsächlich gar nicht schlecht. Also, das ist eine Art Newsletter, kommt nicht zu oft. Ist aber ganz gut eigentlich. Ich mache es jetzt nicht, weil ich kenne es schon. Gut. Das ist wieder ganz egal. Das ist für die Statistik vom Pipeline selber. Keine Vertriebstools genutzt außer Outlook und Excel und ich will Deals schneller abschließen. Wie gesagt, das ist für die Statistik, was Sie da ankreuzen, ist ganz egal. So, weiter geht's. Name des Unternehmens. Da würde ich schon das Richtige reinschreiben an Ihrer Stelle, weil das ist das, was auf der Rechnung nachher umsteht, die Ihnen ein Pipeline schicken könnte. Wir können Ihnen auch Rechnungen schicken. Also, wenn Sie wollen, könnten Sie die Lizenzen über uns abrechnen. Dann kriegen Sie eine Rechnung von uns in Deutschland. Oder aber eben über Kreditkarte am Pipeline selber. Und das ist das, was da auf der Rechnung draufsteht. Also, da würde ich schon das Richtige nehmen. Wie groß Ihr Unternehmen ist, ist wieder ganz egal. Das ist für die Statistik vom Pipeline. Wie viele Leute? Zwei bis fünf. So, und jetzt wird der Account schon erstellt. Sehen Sie, wie einfach das ist. Und schon haben wir ein fertiges Pipedrive. Pipedrive redet am Anfang wahnsinnig viel mit Ihnen. Das ist der James von Pipedrive. Der schreibt Ihnen noch immer wieder Nachrichten. Ich muss Ihnen aber noch eins verraten. Das sind keine personalisierten Nachrichten. Ich schreibe bei mir genauso. Also, wenn Sie sich geehrt fühlen, tun Sie es ruhig. Aber kein Riesengrund dafür. Können Sie einmal anschauen. Die sind, wie soll ich sagen, ein wenig Sales-lastig angekauft. Sie sind aber nicht schlecht. Also, um sich Inspirationen zu holen, sind die auf jeden Fall ganz gut. Können Sie einmal starten. Da unten können Sie noch aussuchen, ob Sie das Ganze mit Beispieldaten beginnen wollen oder ob Sie das alles von selber machen wollen. Ich probiere jetzt einmal aus, das Ganze mit Demo-Daten zu starten. Dann haben Sie gleich was drinnen stehen. Können Sie es machen. Wir können das im Nachhinein auch alles löschen. Wie das geht, das fragen Sie am besten uns. Am besten über das Kontaktformular auf www.pd-experts.com. Da steht das genau drauf. So, jetzt haben wir Daten drinnen und let's get started und los geht's. Wenn Sie die Testphase bei uns gestartet haben, dann schicke ich Ihnen jetzt noch ein Video zu, in dem drin steht, welche grundsätzlichen Einstellungen Sie sonst noch so machen könnten. Das sind ein paar so Kleinigkeiten am Anfang, die speziell auf dem deutschsprachigen Raum zugeschnitten sind. Video kommt. Innerhalb der nächsten, ich traue mich zu behaupten, 24 Stunden spätestens. Wahrscheinlich sind wir schneller. Und wenn Sie Fragen haben, pd-experts.com.